Das ist genau das, was Herr Köppel beschreibt. Ja, Frau Meischberger, Entschuldigung, wir sind bei dem Thema, werden Missstände angesprochen. Sie werden hier genug Redeanteil hat, wenn Sie es erlauben, würde ich noch gerne tatsächlich mitreden dabei. Ja, das tun Sie ja gerne. Und Sie sind auch ungeduldig, wenn es darum geht, dass die Antwort ein bisschen länger braucht. Aber genau die Missstände werden in Deutschland, Frau Meischberger, nicht angesprochen. Herr Augstein wusste doch genau, was in Köln alles nicht passiert ist. Tage später stellt sich heraus, dass die Medien tatsächlich nur sehr zögerlich berichtet haben und dass Sie leider sehr falsch damit lagen, was Sie den Kölnern vorgeworfen haben. Wissen Sie, was in Köln passiert ist? Wir haben, aber wissen Sie, Herr Augstein, Sie liegen mit Ihrer Einstellung so oft falsch. Wir wissen, dass wir in Deutschland ein Problem damit haben, wenn es um Kriminalität geht, die nicht von Deutschen begangen ist. Dass es lange Zeit ein Schweigekartell auch bei der Polizei gab, das sich Gott sei Dank ändert. Und dass wir hoffentlich, genau wie Herr Köppel sagt, nur dann den Extremisten das Wasser abgraben können, wenn wir endlich alle darüber reden, dass wir mit der Migration auch ein Kriminalitätsproblem mit der Region... Ich habe vorhin in Laugig, ich liege ein wichtiges Problem. Herr Augstein, wusste doch genau, was in Köln alles nicht passiert ist. Tage später stellt sich heraus, dass die Medien tatsächlich nur sehr zögerlich berichtet haben und dass Sie leider sehr falsch damit lagen, was Sie den Kölnern vorgeworfen haben. Wissen Sie, was in Köln passiert ist? Wir haben, aber wissen Sie, Herr Augstein, Sie liegen mit Ihrer Einstellung so oft falsch, wir wissen, dass wir in Deutschland ein Problem damit haben, wenn es um Kriminalität geht, die nicht von Deutschen begangen ist. Dass die Medien tatsächlich sind, was in Köln alles nicht passiert ist. Und wenn man sich über die Erangelung an nouen, was nicht mit der Erangelung an